Die besten 4 harte Formen Eine Präsentation zweiter entdecken Sie die Top 4 harte Formen Dritter die 4 besten harte Formen Im Überblick vierter die 4 besten harte Formen Ein Vergleich fünfter die 4 besten harte Formen Ein Video sechster die 4 besten harte Formen Ein Rundgang siebter die 4 besten harte Formen Ein Einblick achter die 4 besten harte Formen Ein Vergleichsvideo Ich habe mir dieses 3 kg Epoxid Harz 2K Epoxy Harz mit härter Glas klar in Profi Qualität und Geruchs- und Emissionssam Epoxy Gießharz UV Stab Für Schmuck Holz Tisch Aquarium Terra Formen Bau GFK Bodenbeschichtung gekauft und bin sehr zufrieden Es ist einfach zu bedienen und die Ergebnisse sind hervorragend Ich kann es für alle meine Projekte verwenden und es ist sehr langlebig Es ist auch sehr preiswert und ich kann es jedem empfehlen, der nach einem hochwertigen Produkt sucht J-Diction Epoxid Harz ist ein sehr hochwertiges Produkt Ich habe es für ein Holzprojekt verwendet und bin sehr zufrieden Es ist leicht zu mischen und zu verarbeiten und hat eine sehr gute Qualität Es ist glasklar und geruchsam, was sehr angenehm ist Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen Es ist ein sehr gutes Produkt zu einem sehr günstigen Preis Ich habe das Craft Resin Epoxid Harz Set gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis Es ist ein sehr hochwertiges Produkt und die Anleitung ist sehr einfach zu verstehen Ich habe es für ein Kunstprojekt verwendet und es hat wunderbar funktioniert Das Harz ist sehr einfach zu verarbeiten und es gibt keine Blasenbildung oder Vergilbung Es ist auch sehr hitzebeständig und gibt ein sehr hochglänzendes Finish Ich kann dieses Set jedem empfehlen, der an Bastelprojekten arbeitet Ich habe das Epoxid Harz mit Hertha 2,25 kg GFK Set gekauft und bin sehr zufrieden Die Profi-Qualität ist glasklar und geruchsam, ideal für Gießharz für Holz Der Preis ist angemessen und es kamen auch Schutzhandschuhe dabei Das Produkt ist einfach zu verarbeiten und die Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt Wir sehen uns im nächsten Video Wir sehen uns im nächsten Video